Also an alle do21.de Leser, hier werdet ihr informiert. Das ist euer Action-Team hier. Die sind heute bei der Premiere von Far Cry und von vielen anderen Filmen und haben auch immer interessante Persönlichkeiten, die sie interviewen und wo ihr was darüber erfahren könnt. Ihr könnt auch was noch lernen, das ist noch das ganz Wichtigste. So, alles Gute allen Lesern und natürlich dem Team von d21.de.